Servus Leute, ich will euch zum einen kurz mal den neuesten Gameplay Trailer von World of Warships präsentieren, der hier so jetzt im Hintergrund bzw. im Vordergrund des Visuellens aber im Hintergrund meiner Stimme läuft. Und zwar hat es aber natürlich auch einen Grund. Es wird einen Massentest geben vom 12. bis zum 14. Dezember und leider gibt es dafür aktuell schon keinerlei Teilnahmemöglichkeit mehr, weil die Teilnahme war bis 17 Uhr geöffnet, allerdings auch da schon gleich wieder geschlossen, weil der Anbrang sehr groß war. Nichtsdestotrotz wird mir Wargaming aber ein paar Codes zur Verfügung stellen, dass man hier daran teilnehmen kann und natürlich will ich die mit euch teilen. Das heißt, jeder meiner Abonnenten und auch zeitig der Kommentatoren dieses Videos wird automatisch an der Verlosung teilnehmen. Wie viele Codes kann ich noch nicht sagen. Es wird sich irgendwo zwischen 5 und 10 bewegen. Deswegen macht mit, abonniert mich, kommentiert das Ganze und seid dabei für dieses geile Game. Ich freue mich, bis bald, euer Alcaramba.